Musik Viele verbinden mit dem Ruhrgebiet nur Kohle und Stahl. Naja, wir denken lieber in Möglichkeiten statt in Grenzen. Seit 2003 setzen wir als junge Universität Duisburg-Essen Neues in Bewegung. Hier und weltweit, interdisziplinär und in Netzwerken. Musik Wir sind hier mittlerweile viel kleinteiliger geworden. Sogar extrem kleinteilig. Wir entwickeln Ideen, die nicht gleich wieder zu Staub zerfallen. Zum Beispiel mit unserer Nano-Forschung. Wir sind eine forschungsstarke Uni und analysieren hier die Grundlagen für unsere Zukunft. Aus der Wissenschaft, für die Wirtschaft und für unsere Gesellschaft. Musik Eigentlich sind wir ein großes Raumschiff, das jeden Tag Neues entdeckt. Eigentlich sind wir ein großes Raumschiff, das jeden Tag Neues entdeckt. Wir sind neugierig und wollen die Welt verstehen. Ob im Labor, der Bibliothek, in einer Vorlesung oder einem Seminar. Musik Wir schätzen fremde Kulturen und arbeiten daran, nicht Fremde zu bleiben. Für uns ist Vielfalt ein Gewinn für die Gesellschaft. Und wir sorgen dafür, dass jeder, der das Potenzial dazu hat, seine Chance auf Bildung erhält. Und das beginnt bei uns schon ziemlich früh. Übrigens auch mit einer richtig guten Lehrerausbildung. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir wollen, dass unsere Studierenden ihre Ziele möglichst schnell und ohne Umwege erreichen. Unsere Mentorinnen und Mentoren hören ihnen zu, geben Orientierung und begleiten durch ihr ganzes Studium, damit sie am Ende genau da ankommen, wo sie hinwollen. Wir hier an der Uni Duisburg-Essen stehen für vernetztes Zusammenarbeiten von den Wirtschafts- über die Geistes- bis hin zu den Ingenieur-, Natur- und Gesellschaftswissenschaften. Und in der Medizin sind wir genauso spitze wie in der Lehrerausbildung. Alles und allem sind wir zwar nicht der Himmel auf Erden, aber manchmal doch ziemlich nah dran. Vielen Dank.